Oh Gott, ist das scheiße. Ich dachte, das wäre halt mal was anderes für ein erstes Date. Ist doch super. Ich zieh immer die Idioten an, echt. Können wir nicht einmal Kinder kriegen? Nee. Das machst du schön alleine mit irgendeinem Pimmel. Ich hab mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Hast du jetzt doch einen Freund? Äh, nein. Ich mach das alleine. Entschuldigung, brauchst du vielleicht Hilfe? Ich dachte, du triffst dich jetzt nicht mit Männern. Das eine ist ja Spaß, das andere hat ja nichts miteinander zu tun. Mein Kaffee ans Bett. Was ist los mit dem? Ein Kind braucht doch einen Vater. Einen wie dich oder was? Wozu? Dann sollten wir keine Zeit verlieren, weil in ihrem Alter die Chancen rapide abnehmen. Dann durchforsten sie am besten die Samenbein. Oh, Entschuldigung, ich bin hier. Hi. Was machst du? Ich, äh, ich, äh, bin... Ich bin im Museum. Also ihr seht euch nicht nochmal. Nein. Was, wenn ich das alles überhaupt nicht schaffe? Ich hab einfach Angst, alleine ein Baby zu bekommen. Du musst echt mal aufpassen, dass du nicht wirst, Mama. Mama! Hast du die Gipsarme, weil du eine Narkoholikerin bist, Oma? Wie gut, dass du jetzt in die Schule kommst, da kannst du das Wort bald richtig aussprechen. Du kannst dir doch nicht einfach mal liegen lassen. Sie ist unsere Mutter. Sie ist ja auch mal nie liegen gelassen. Ich hab eure alten Kindersachen mitgebracht. Für dein Baby. Also was musst du mir doch sagen, damit ich mich entscheiden kann, ob ich mich verliebe. Was kann ich dafür, dass du fucking 28 bist? Vielleicht will ich auch irgendwann mal Kinder. Aber ich will es jetzt. Du musst recht anfangen, dich selbst mit Respekt zu behandeln. Aber kann sich nicht einfach alle richtig vertragen? Nee, das gibt's nur im Kino. Also euch möchte ich mal mit Kindern sehen. Einfach mal was Schönes, ne? Gute Idee, Johanna. Wir zeigen Ihnen jetzt gerne. Bis zum nächsten Mal. Bye, everybody. Gute conducted, wenniser shotgun und Berkel armas together ist. Th MitverePoint? Wir sehen uns bei der Hola. Sauber zum nächsten Mal. Wir helfená בכla. Wir sehen uns bei G arth surfing im Auftrag zum nächsten Mal und plötzlich. Wir sehen uns bei dem�� survivors. 鬼, dietit activate die Situation der nå. Wir sehen uns bei einemimana? nochmal in der Welt. Vielen Dank.